Das war's für den Teil der SX. Heute ist ein Teil der Liste mit einer Rettungsfunktion in Nordrhein-Westfalen. Das war's für sich. Ich kann euch sagen, ja, nichts hat das nicht gemacht. Aber jetzt kommt es besonders an auf den E-Milates. Wer ist schon gerade schön? Also, wir haben so eine Aktion rausgesagt. Aber nicht so weit, glaube ich. Aber, ja. Das ist so, dass wir jetzt eine Kanzlerin sind. Aber die Fähre sind jetzt wieder normal. Nein? Ja, ja, ja. Also, wir haben genug Zeit, das Entwirkung wieder abzufangen. Wir sind auch noch zusammen. Ist also gerade für den Einstieg in die Hebelflügerei. Oder, damit wir auch, wenn man sichert den Bild immer noch so eine Rettungsfunktion haben. Aber, nein, wir haben es gesehen. Aber, nein, wir haben es gesehen. Halt, wenn der Hebel und der E-Milates. Niedrig auch Wasser nach oben stand. Wenn man das nämlich ruhig nach Boden macht, ist auf jeden Fall Hühe gleich Zeit. Also, da hat man einfach noch mehr Rettungsfunktionen. Um sicher unterzumachen. Wir haben auch eine große große Erkunft. Und hier haben wir noch ein paar Jahre her. Und wir haben ja auch eine große Erkunft. Wir haben ja noch mehr in das Öl. Und wir haben ja auch in der Universität. Und wir haben ja jetzt auch gerade die Rettungsfunktionen. Und wir haben ja auch die Rettungsfunktionen. dass dieser Netzwerker nicht mehr geschaffen hat, aber das hat gesagt, dass wir die Anhängerung nicht mehr wissen können. So, Ladies and Gentlemen, my friend of all, is the GPS. Welcome to the local life 2012, a really fair for electric and thermal and gas carloader C-Handitropists. What you see here is the presentation of Bravo the Hedgehog, Das ist sehr gut, dass wir hier nicht nur in Deutschland, sondern auch in Deutschland und in Deutschland. Und einer der zwei Models, die jetzt hier in der Flugzeuge sind, ist ein Kind-of-emergency-System, so wir haben ein Button auf dem Transmitter und wenn du den Button, dann können wir die Technologie und die Technologie aufbauen.